Ja, einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Zuschauer, liebe Freunde des IT-Consultings und der Consulting-Karriereberatung. Wir beschäftigen uns heute in diesem freshen Video mit der Frage, macht es Sinn, sich als IT-Consultant, SAP-Berater, was auch immer, als Freelancer oder Freiberufler, sprich als selbstständiger Berater, zu versuchen? Sollte man das überlegen, und wir haben ja hier im Kanal auch eine gewisse Historie, ich habe 2018 so ein Video gemacht über die SAP-Karriereberatung, über den Einstieg bzw. Quereinstieg und da haben wir uns auch über das Freelancing unterhalten. Und da habe ich eine Nachricht bekommen von einem Zuschauer und der fragt, wie ich denn aus heutiger Sicht dazu stehe und warum ich denn selber dann diesen Schritt nicht gegangen bin. Also ich selber bin ja dann größtenteils die Angestellten-Schiene gefahren und da wollen wir heute mal so ein bisschen reinschauen, reinschnuppern und ein bisschen vergleichen, was sind so die Vor- und Nachteile zwischen den zwei Modellen. Und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen, ja, bei der Entscheidung, ob er oder sie diesen Schritt wagen soll. Beziehungsweise ich werde euch auch so ein bisschen eine Strategie an die Hand geben, wie ihr denn beides probieren könnt, sozusagen. Ja, darüber werden wir auch hinten raus, gegen Ende des Videos, so ein bisschen darüber sprechen. So, jetzt zunächst mal, also ich persönlich habe ja diese Entscheidung der Freiberuflichkeit selber nicht getroffen. Das Einzige, was ich eigentlich so gut wie immer hatte, also solange ich Berater war, ich hatte ein Nebengewerbe, da habe ich allerdings nicht im SAP-Bereich gearbeitet, weil das wäre ja ein Konflikt gewesen zu meiner hauptberuflichen Tätigkeit, sondern ich habe da so Dinge wie Online-Marketing und so weiter gemacht. Also ich hatte im Hauptberuflich war ich als SAP-Berater tätig und nebengewerblich habe ich zum Beispiel, was weiß ich, auf Pfeiffer und so weiter, habe ich dann so Online-Marketing-Services angeboten. Das habe ich hin und wieder mal gemacht, für verschiedene Webseiten oder so, die es damals gab. Und da habe ich mir irgendwann, habe ich mir eine Zeit lang so ein Zubrot verdient bei der ganzen Geschichte. Irgendwann habe ich es dann aufgegeben, weil ich gemerkt habe, die Zeit, die ich ins Nebengewerbe reinstecke, die sind besser investiert, wenn ich sie in den Hauptberuf stecke. Ich habe halt dann gemerkt, dass bei mir die Karriereleiter im Hauptberuf sehr steil nach oben geht und dass ich quasi, wenn ich mehr Zeit in diese Schiene investiere, dass ich da hinten raus dann mehr Erfolg habe. Und dadurch habe ich dann das Nebengewerbe mit der Zeit mehr und mehr nach hinten gefahren. Irgendwann wurde ich dann auch, habe ich dann auch Manager-Positionen angenommen und so. Und da war es dann auch eine vertragliche Geschichte. Wenn du dann Prokurist bist für irgendein Unternehmen und dann aber nebenbei noch ein Nebengewerbe betreibst, so auf 20-Stunden-Basis, das ist irgendwie schlecht verheiratbar, sage ich jetzt mal. Aber das nur so ein bisschen nebenbei dazu, wie das bei mir mit dem Nebengewerbe war. Bei mir ist es allerdings so, dass mein Vater ja Freiberufler war. Und zwar war er SAP Business Warehouse Consultant und war da ziemlich lange freiberuflich unterwegs. Unter anderem auch nicht nur Kunden in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und in Österreich betreut. Und da war er mehrere Jahre unterwegs und ist dann irgendwann in Frührente gegangen. Ich verfolge ja sowas ähnliches. Also wer den Kanal hier außerhalb von SAP so ein bisschen verfolgt, der weiß ja auch, dass ich persönlich für mich auch irgendwann so mit 40 rum Financial Independence anstrebe. Also ich habe quasi eine hohe Sparquote und möchte mir dadurch quasi ein passives Einkommen aufbauen aus meinen Investments. Habe ich ein extra Video dazu gedreht, wenn es interessiert, Video unten in der Beschreibung, Link unten in der Beschreibung. Und mein Vater, der hat halt gehustelt als Freiberufler, hat sich dadurch eben sein Principal aufgebaut und ist dann irgendwann in Frührente gegangen. Hat irgendwann aufgehört zu arbeiten. Das heißt, mein Vater hat die Freiberufler-Schiene gewählt und ich habe die Angestellten-Schiene gewählt. Aber im Endeffekt so unsere Lebensplanung, also unser Endziel war so mehr oder minder das Gleiche. Also das Endziel bei uns war mehr oder minder dasselbe. Wir wollen irgendwann vor dem normalen gesetzlichen Renteneintrittsalter aufhören zu arbeiten. Und der eine hat es halt über die Freiberuflichkeit gemacht und der andere versucht es über die Angestellten-Schiene. So, das heißt, ich kenne beide Wege so ein bisschen. Ja, ich kenne persönlich halt hauptsächlich die Angestellten-Schiene, aber zum einen über die Tätigkeit im Nebengewerbe, zum anderen über die Erfahrungen elterlicherseits kann ich da ein bisschen was dazu sagen. So, jetzt wollen wir zunächst mal so ein bisschen drüber reden, was ist denn der Vorteil der Freiberuflichkeit? Und der offensichtlichste Vorteil ist natürlich zunächst mal der höhere Verdienst im Vergleich zum normalen Angestellten im Consulting. Also, da rede ich jetzt von Consultant oder Senior Consultant. Über die Stufe Manager, Director, Partner reden wir nachher noch im Video. Aber wenn du dich jetzt als Freiberufler vergleichst mit einem Senior Consultant bei einem Beratungshaus, dann ist es zwar in der Regel so, dass du als Freiberufler nicht dieselben Rates durchsetzen kannst wie ein Beratungshaus. In der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also, weil der Kunde bezahlt ja bei einem Beratungshaus einen gewissen Premiumpreis, weil ja zusätzlich zum Consultant, den er sich einkauft, noch ein bisschen was dazu kommt. Also, zum einen, wenn ich einen Consultant einkaufe, der zu einem Beratungshaus gehört, dann ist der Consultant ja nicht alleine. Der hat ja Kollegen intern, die er fragen kann, wenn es irgendwelche Spezifika gibt, die er jetzt nicht weiß. Aber er kann intern zumindest mal auf ein Netzwerk zugreifen vom Beratungshaus. Und ich kann über diesen Consultant dann auch schnell beim Beratungshaus nachfragen. Hier, ich brauche noch eine andere Ressource. Kannst du mir da noch jemand anderen zur Verfügung stellen? Zum anderen hast du eben ja den Markennamen beim Beratungshaus dahinter. Das heißt, dieses Image vom Beratungshaus, diese Marke, das fließt auch so ein bisschen in den Preis rein. Dass halt die Marke, das Image des Beratungshauses für eine gewisse Qualität steht. Und zum anderen hast du natürlich Ansprechpartner, beispielsweise vom Vertrieb oder vom Qualitätsmanagement des Beratungshauses, wo du dann eskalieren kannst, wenn irgendwas nicht passt. Diese Vorteile hast du beim Freiberufler natürlich nicht als Kunde. Nicht in dem Ausmaß, sage ich jetzt mal. Das bedeutet, in der Regel kriege ich als Beratungshaus einen Consultant für einen höheren Preis verkauft als ein Freiberufler. Weil eben so diese Markeneffekte und so weiter dazukommen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, ja die Preise sind jetzt ein bisschen aus der Luft gegriffen, ist eine Weile her, ich bin ja selber nicht mehr im Consulting. Aber sagen wir mal, das Beratungshaus kriegt den Senior Consultant für 130 bis 145 Euro die Stunde verkauft. Dann würde so ein Freiberufler definitiv unter diesem Preis erstmal platziert sein. Es sei denn, er hat irgendwelche Unique Selling Propositions. Also wenn er ein absoluter Experte ist, wenn er super Referenzprojekte hat. Aber sagen wir mal, der Freiberufler, der kann sich für irgendwas zwischen 110 und 120 Euro kann der sich verkaufen. Ja, pro Stunde. Ja, dann ist das natürlich erstmal ein Gap. Aber du als Freiberufler, du streichst ja die 120 Euro voll ein. Gut, es gibt manchmal so Konstellationen, da ist so eine Vermittlungsagentur dazwischen. Was weiß ich, was gibt es denn da so? Hey, Sferchau. Ja, irgend so ein Projektvermittler ist da vielleicht dazwischen, der ein bisschen was vom Kuchen abhaben will. Aber du kannst ja auch als Freiberufler direkt beim Kunden sein. Ja. Und dann sind das einfach deine 120 Euro pro Stunde. Natürlich hast du auch Kosten. Also du brauchst vielleicht ein Laptop, du brauchst vielleicht ein Programm für deine Finanzbuchhaltung, vielleicht brauchst du einen Steuerberater, vielleicht brauchst du einen Firmenwagen. Das alles sind Kosten, die du natürlich hast. Aber die Kosten, die du als Freiberufler hast, sind natürlich in der Regel nicht so groß wie die Differenz zum Angestellten. Weil als Angestellter, sagen wir jetzt mal, du bist Senior Consultant. Du wirst für 120 Euro die Stunde an den Kunden verkauft. Sagen wir mal, du bist Senior Consultant, 120 Euro die Stunde. Das Jahr hat so, ja sagen wir mal, 220 Arbeitstage. Ja, 220 bis 230 Arbeitstage. Jetzt sagen wir mal, du hast 80 Prozent Auslastung. Das heißt, um die 176 Arbeitstage. Mal 8 Stunden pro Tag sind wir so bei 1400 Stunden, die du fakturierst an den Kunden. Mal 120 Euro pro Stunde sind wir bei so roundabout 168.000, die an den Kunden fakturiert werden. Das wäre jetzt so die Zahl bei 120 Euro die Stunde. Das würde sowohl für den Freiberufler gelten, als auch für den Senior Consultant. Jetzt ist es aber so, der Senior Consultant, was verdient denn der? Der verdient vielleicht, sagen wir jetzt mal, 90.000 Euro im Jahr. Weil aus diesen 170.000 Euro, die der Senior Consultant erzielt, müssen ja die Kosten des Beratungshauses gedeckt werden. Also, das fängt ja schon an bei den Reisekosten des Consultants selber, also Hotel, Verpflegung, Firmenwagen und so weiter. Dann wird ja dein erzielter Umsatz auch noch umgelegt auf andere Kosten stellen. Du hast ja eine Human Resources Abteilung, du hast Kollegen in der Compliance Abteilung und so weiter. Die wollen ja auch bezahlt werden und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Dann will natürlich, du hast vielleicht einen Manager oder einen Partner, die für dich zuständig sind und allgemein Partner im Beratungshaus. Und die werden ja auch am Gewinn beteiligt. Das heißt, da geht auch ein bisschen was von deinem Umsatz hin. Das heißt, als normaler Senior Consultant kannst du ja nicht das verdienen, was du, also brutto nicht das verdienen, was du im Jahr einnimmst. Das wird ja umgelegt. Als Freiberufler streichst du diese 170.000 Euro erstmal brutto voll ein. Es sei denn, da ist vielleicht noch ein Projektvermittler dazwischen. Aber das sind erstmal deine 170K, die du verdienst. Dann gehen natürlich Steuern weg und so weiter, aber die gehen ja beim Angestellten natürlich genauso weg. Das heißt, du hast als Freiberufler zunächst mal mehr Verdienst im Vergleich zum normalen Angestellten. Das ist natürlich so. Ja, das ist natürlich einer der Vorteile. Du hast erstmal mehr Umsatz. Und das ist ja jetzt erstmal nur das Szenario, du arbeitest im gleichen Land. Und als Freiberufler ist es ja jetzt häufig so, dass es grundsätzlich so ist, als Freiberufler ist die Wahrscheinlichkeit, dass du remote arbeiten kannst, höher als beim Beratungshaus. Weil beim Beratungshaus gehört das ja so ein bisschen zum Firmenimage, zur Marke häufig, dass das Beratungshaus sagt, hier unsere Berater sind vor Ort bei dir. Wir sind nahe am Projektgeschehen und so weiter. Das ist vielleicht beim Freiberufler nicht unbedingt der Selling Point, sondern Kunden, die einen Freiberufler nehmen, die schätzen vielleicht eher die Flexibilität, die sie mit dem Freiberufler haben. Und dafür darf der dann auch eher remote arbeiten. Was das jetzt natürlich bedeutet ist, dass du als Freiberufler beispielsweise in Deutschland wohnen kannst, aber Aufträge in der Schweiz annehmen kannst oder beispielsweise auch in Dänemark, wo die Rates höher sind, wo du also höhere Stundensätze faktorieren kannst. Weil in der Schweiz sind 160 Euro pro Stunde, ja, ich sag's jetzt mal salopp, Peanuts. Also wenn du als Freiberufler die Möglichkeit hast, remote für einen Kunden in einem Land zu arbeiten, wo die Rates höher sind, dann kriegst du damit schon mal mehr rein bei ja eigentlich gleichen Kosten. Weil, ja, du hast ja jetzt nicht mehr Kosten, nur weil dein Kunde in der Schweiz ist, wenn du remote für den arbeiten kannst. Dann hast du ja noch die dritte Komponente und zwar, dass du als Freiberufler ja grundsätzlich woanders leben könntest, wo die Steuern niedriger sind. Du könntest ja als Freiberufler beispielsweise, was weiß ich, in Portugal leben, wo du weniger Steuer auf deinen Umsatz zahlst. Das ist jetzt hier keine steuerliche oder juristische Beratung. Das heißt, ich möchte jetzt nicht alles beleuchten, was man da beachten muss und so weiter. Ich glaube, du brauchst da auf jeden Fall dann deinen Wohnsitz und so weiter. Und vielleicht muss man auch irgendwie aufpassen bei Doppelbesteuerungsabkommen und so weiter. Insbesondere dann, wenn du halt beim Kunden vor Ort bist und quasi nur, sag ich jetzt mal, am Wochenende zurück nach Portugal gehst. Das sind alles so Einzelheiten, die kann ich jetzt nicht beurteilen. Die musst du mit einem Steuerberater abklären. Aber so grundsätzlich kannst du in Ländern wohnen, wo die Steuerlast geringer ist. Und wenn das für dich in den Lebensentwurf passt, wenn du zum Beispiel ungebunden bist, aktuell keine Familie oder wenn deine Familie dazu bereit wäre, mit dir umzuziehen, dann wäre das ja eine Möglichkeit. Ich vollkommen wertfrei übrigens. Also ich beurteile das jetzt nicht. Ich sage jetzt nicht, dass es gut oder schlecht. Ja, ich sage nur, dass es eine Möglichkeit. Das heißt, du hast als Freiberufler drei Möglichkeiten, wie du deinen Verdienst steigern kannst im Vergleich zum normalen Angestellten-Consultant. Erstens, der Umsatz ist vollständig deiner. Das heißt, du hast nicht irgendwie ein Beratungshaus, wo dein Umsatz im Endeffekt verteilt wird. Zweitens, du kannst deine Steuern optimieren. Drittens, du kannst leichter für Kunden arbeiten im Ausland, wo die Rates entsprechend höher sind. Das sind die Vorteile. Ja, es gibt noch, also das sind die Vorteile aus Sicht des Verdienstes. Dann gibt es noch Vorteile im Hinblick auf den Lifestyle oder auf die Zeiteinteilung. Ja, zum einen ist es so, dadurch, dass du als Freiberufler ja mehr verdienst. Ja, zum Beispiel vergleichen wir mal 170.000 Euro als Freiberufler gegenüber, das ist jetzt eine fiktive Zahl, aber ja, ist eigentlich schon mehr oder minder realistisch im Vergleich zu 90.000 Euro, die der Senior Consultant dafür verdient. Ja, und durch diese Differenz merkst du ja, dass du eigentlich nicht so viel arbeiten musst wie der Angestellte, um auf das gleiche Gehalt zu kommen. Das gleiche Nettogehalt. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, du arbeitest, ja, du arbeitest nur, was weiß ich, zwei Drittel vom Jahr und ein Drittel des Jahres benutzt du für Reisen. Das heißt, du hast dann selber für dich ein Arbeitsmodell gefunden, wo du im Endeffekt das gleiche verdienst wie ein Angestellter, aber dafür mehr Freizeit hast. Du hast nicht nur die 30 Tage Urlaub, die ein normaler Angestellter hat, sondern du machst einfach mal drei, vier, fünf Monate am Stück Urlaub, bereist da verschiedene Länder und kommst dann irgendwann zurück und arbeitest wieder normal weiter. Ja, zum anderen ist es natürlich so, dass du natürlich auch Kunden auswählen könntest, die in einer anderen Zeitzone sind. Da es als Freiberufler ja wahrscheinlicher ist, dass du remote arbeiten kannst, könntest du dir beispielsweise einen Kunden aus den USA suchen. Beispielsweise ein Kunde aus den USA, der SAP verwendet, wenn du SAP Berater bist. Und dieser Kunde ist jetzt zum Beispiel in der Pacific Time, in der pazifischen Zeitzone. Ja, dann fangen die vielleicht um 17 Uhr das Arbeiten an. Das heißt, du könntest deinen Arbeitsalltag anders einteilen. Du könntest zum Beispiel sagen, ich habe von morgens, was weiß ich, wann du halt aufstehst, morgens 8 Uhr bis 16.30 Uhr habe ich Freizeit. Und dann abends, da musst du halt dann, musst du dir dann bewusst sein, dass wenn der Kunde 8 Stunden Arbeitszeit hat, dass du da bis, was weiß ich, 1 Uhr morgens dann oder 12 Uhr Mitternacht dann natürlich beschäftigt bist. Aber du hast halt dann deine Arbeitszeiten geschifftet. Das ist ein anderes Modell, wie du deine Zeit anders einteilen kannst im Vergleich zum Angestellten. Ja, zum anderen ist es natürlich so, dass du dir Projekte in wechselnden Umfeldern suchen kannst. Das ist dann das Modell des digitalen Nomaden. Das heißt, du kannst dir ein Projekt suchen, das beispielsweise in Dänemark ist. Dann suchst du dir das nächste Projekt in Norwegen, das nächste Projekt in Schweden. Das heißt, du bereist quasi die Welt im Rhythmus deiner Projekte. Da muss man natürlich sagen, das ist immer sehr abhängig davon, wie du deine Projekte bekommst. Weil das muss natürlich auch irgendwie hinhauen. Du musst auch Projekte finden, die in den entsprechenden Ländern sind. Ja, das ist mitunter nicht so einfach, je nachdem, welches Thema du betreust und wie stark die Konkurrenz ist. Genau, aber das ist auch so ein bisschen die Möglichkeit, wie du als Freiberufler mehr Freizeit, mehr Freiheit haben könntest im Vergleich zu einem Angestellten. So, jetzt so ein bisschen die Nachteile. Also, es gibt ja auch Nachteile, wenn du Freiberufler bist. Zum Beispiel, zum einen bist du für vieles selbst verantwortlich. Du bist selbst für deine Weiterbildung verantwortlich. Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie ein Beratungshaus hinter dir, wo du regelmäßig interne Bootcamps hast, wo ihr euch gegenseitig, wo du dich mit deinen Kollegen austauschst. Du wirst vom Beratungshaus nicht auf eine Messe geschickt, beispielsweise im SAP-Umfeld, jetzt auf die Sapphire oder auf die SAP TechEd. Du bist selber dafür zuständig, irgendwelche Zertifizierungen zu machen oder ähnliches, wenn die in deinem Bereich gefragt sind. Beispielsweise, was weiß ich, ISO 27001 Zertifizierung, also Personenzertifizierung für dich als Berater. Dafür bist du selbst verantwortlich. Du bist selbst verantwortlich für die Akquise und dein Marketing. Das heißt, für die Pflege deines Profils, für das Einholen von Projektreferenzen bist du selber verantwortlich. Ich habe ja in der Vergangenheit ein Video gedreht, wie man als Consultant sein Profil aufbaut. Link unten in der Beschreibung. Das heißt, du bist selber dafür verantwortlich, dass du guckst, hier ein Projektleiter von dem Projekt damals, der steht mir als Referenz zur Verfügung. Das sind normalerweise Dinge, die als Angestellter das Beratungshaus so ein bisschen für dich miterledigen kann. Die bringen dann die Referenzen mit zu den Kunden. Als Freiberufler bist du selber für deine Referenzen verantwortlich. Und du bist auch selber verantwortlich für die Akquise von Projekten. Das heißt, du musst selber schauen, dass du an deine Projekte kommst. Ja, das ist der eine Nachteil. Der zweite ist natürlich, dass das Risiko ein anderes ist. Weil zum einen natürlich Freiberufler werden manchmal als Erste aus dem Projekt geschmissen. Beispielsweise, wenn jetzt gerade die Wirtschaft schlecht ist und Budget im Projekt gekürzt werden muss, dann sind zunächst mal die Freiberufler die Ersten, die gehen, weil die am einfachsten ausgegliedert werden können aus dem Projekt. Danach kommen häufig die Beratungshäuser, die beauftragt wurden, weil die in der Regel ein höheres Kontingent, also mehr Consultants, mehr Manpower mitbringen. Das heißt, die haben häufig ja umfangreichere Gewerke. Das heißt, das ist ein bisschen schwerer, die rauszuschmeißen, weil die einen höheren Anteil vom Projekt häufig stemmen. Und dann als aller allerletztes werden in der Regel die internen Angestellten beim Endkunden entlassen. Das heißt, als Freiberufler bist du in der Regel der Erste, der geht. Wenn es mal schlecht läuft beispielsweise. Ja, das Ganze kann man natürlich auch ein bisschen anders auslegen. Und zwar ist es natürlich dann auch so, dass wenn es wieder gut läuft und Projekte wieder angestartet werden, häufig die Freiberufler diejenigen sind, die als Erste wieder reingeholt werden können. Weil dieser Umstand, dass ich einen Freiberufler relativ schnell wieder gehen lassen kann, der hat auch einen Vorteil, weil wenn ich als Unternehmen jetzt den Eindruck habe, die Wirtschaft ist wieder im Aufschwung. Ich kann jetzt langsam wieder anfangen, Geld auszugeben und in Projekte zu investieren. Bevor ich jetzt hergehe und mir zehn neue Angestellte einstelle, fange ich doch erstmal an und beauftrage erstmal zehn Freiberufler für die nächsten zwölf Monate. Und in diesen zwölf Monaten, wo die Freiberufler am Werk sind, kann ich langsam gucken, ob ich langsam aber sicher Stück für Stück neue Leute einstelle. Das heißt, du bist zwar als Freiberufler als Erster wieder draußen aus dem Projekt, du bist aber häufig auch als Erster wieder drin im Projekt. Ja, das ist natürlich die Gegenseite. Dann gibt es natürlich noch dieses Risiko, dass du natürlich, wenn du krank bist, jetzt nicht so einfach mal, was weiß ich, kranken Tage Geld kriegst oder so, sondern das musst du selber irgendwie austarieren, indem du dir entweder Rücklagen schaffst, also Geld auf die Seite legst oder indem du entsprechende Versicherungen abschließt. Und das ist natürlich nochmal ein anderes Risiko. Als Freiberufler, wenn du irgendwie Mist baust, bist du selber natürlich haftbar. Natürlich gibt es da Berufshaftpflichtversicherungen und so weiter. Als Angestellter hast du halt zum einen den Vorteil, dass dein Beratungshaus in der Regel eine eigene juristische Abteilung hat. Das heißt, dir hat eigene Anwälte, die dich verteidigen, wenn du mal Mist baust. Zum anderen ist dein Beratungshaus in der Regel versichert. Das heißt, dein Beratungshaus hat entsprechende Haftpflichtversicherungen, falls mal in einem Projekt was schief geht. Als Freiberufler bist du dafür selber verantwortlich und du trägst das Risiko selbst. Das sind so ein bisschen die Nachteile. So, jetzt haben wir die Vor- und die Nachteile zwischen Freiberuflichkeit und Angestellten tun so ein bisschen dargestellt. Warum habe ich persönlich mich jetzt nicht für den Freiberufler entschieden? Nun, also, zum einen muss ich dazu sagen, es gibt im Consulting Karrierezweige, wo du realistisch gesehen genauso viel verdienen kannst wie der durchschnittliche Freiberufler. Also, wenn wir jetzt von dem Beispiel ausgehen, so ein Freiberufler verdient im Jahr 170.000 Euro brutto. Es gibt auch Freiberufler, die verdienen mehr. Also, es gibt Freiberufler, zum Beispiel, sagen wir mal, der arbeitet remote aus Deutschland für Kunden in der Schweiz, wo die Rates, also die Stundensätze entsprechend höher sind. Du, da gibt es Freiberufler, die gehen mit über 200.000 Euro brutto im Jahr nach Hause. Die gibt es auch. Gibt aber auch Angestellte im Consulting, die mehr verdienen. Das möchte ich jetzt mal so ein bisschen darstellen. Also, zum einen, du kannst ja im Consulting, als Angestellter im Consulting, diese Karriere-Schiene verfolgen, dass du beispielsweise in die Führungsriege bei den Beratungshäusern Karriere machst. Das heißt, du wirst Manager, dann wirst du Senior-Manager, dann wirst du Director und irgendwann Partner. Beziehungsweise vielleicht irgendwann wirst du, ja, in die Geschäftsführung mit eingegliedert, was weiß ich. Oder du wirst vielleicht Geschäftsführer von irgendeinem neuen Zweig, was weiß ich, wenn in Indien irgendwas aufgebaut wird oder so. Das heißt, du kannst auch da Karriere machen und zum Beispiel als Partner wirst du ja am Gewinn beteiligt. Du, ja, bringst eine bestimmte Einlage, also du investierst in das Beratungshaus, aber abhängig von deiner Einlage wirst du auch am Gewinn beteiligt. Ja, und mit diesem Gewinn, das heißt, du bist im Endeffekt Intrapreneur. Das heißt, du bist Unternehmer innerhalb des Unternehmens. Dir gehört jetzt nicht das Unternehmen, aber du bist trotzdem unternehmerisch tätig innerhalb des Unternehmens. Das kann nicht nur der Fall sein, wenn du Partner bist. Du kannst dich beispielsweise auch in der Vertriebsschiene weiterentwickeln. Vielleicht warst du damals als Senior-Consultant sehr gut bei der Akquise von Projekten. Ich kenne jemanden, der hat sich dann in Richtung Vertrieb weiterentwickelt. Das heißt, der ist jetzt vertrieblich tätig, der hausiert quasi bei Kunden und akquiriert da Projekte bei denen für ein Beratungshaus. Ich weiß, dass der Kollege sehr gut verdient. Also der verdient über die 300.000 Euro pro Jahr Grenze hinaus, weil er entsprechende Projekte an Land zieht. Das heißt, du kannst dich auch als Angestellter innerhalb eines Beratungshauses so weiterentwickeln, dass du entsprechend mehr verdienst als ein Freiberufler. Ja, das geht. Zum anderen ist es natürlich so, dass du als Consultant den Exit machen kannst zu einer internen Stelle, zum Beispiel bei einem SAP-Kunden. Und da ist es natürlich so, dass SAP bei diesen Kunden häufig so kritisch ist, dass Führungspositionen in diesem Umfeld entsprechend gut bezahlt werden. Also da musst du dich quasi vom Freiberufler nicht verstecken. Das ist natürlich auch möglich. Das heißt, du machst den Exit zu irgendeiner internen Stelle und machst da dann eben deinen Karrierepfad weiter. Ja, das sind so verschiedene Modelle. Zum anderen, das möchte ich jetzt auch noch erwähnt lassen, du kannst dich ja im IT-Consulting noch anderweitig selbstständig machen. Du musst ja kein Freiberufler sein, du kannst ja auch Unternehmer werden. Du kannst zum Beispiel dein eigenes Beratungshaus gründen oder du kannst beispielsweise ein Tool, eine Software in dem Bereich entwickeln. Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Beispiel SAP bleiben, irgendein Tool zur Archivierung oder ein Tool zum Scannen von Sicherheitsschwachstellen. Dann bist du da auch in dem Bereich Unternehmer. Ja, das heißt, es muss nicht Selbstständigkeit im Sinne der Freiberuflichkeit sein. Ja, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, die du da entsprechend verfolgen kannst. Ja gut, das heißt, das ist auch einer der Gründe, warum du vielleicht jetzt nicht unbedingt Freiberufler werden musst oder möchtest, weil du als Angestellter häufig genauso viel verdienen kannst, aber eben dann diese ganzen Risiken nicht hast, aber dann eben auch die Vorteile nicht. Das heißt, du hast weiterhin den Nachteil beispielsweise als Angestellter, dass du vielleicht nur 30 Tage Urlaub im Jahr hast, wohingegen der Freiberufler eben sagt, du, ich verzichte auf ein bisschen Geld und mache dafür fünf Monate im Jahr Chilliwilli. Das ist natürlich, diesen Vorteil hast du dann nicht, auch wenn du jetzt vielleicht genauso viel verdienst wie der Freiberufler. Ja, möchte ich nur mal so ein bisschen darstellen, was so die verschiedenen Vor- und Nachteile sind. Gut, was ist jetzt so die Strategie? Also, wenn du jetzt vor der Entscheidung stehst, sollte ich freiberuflich im Consulting tätig sein? Ist das was für mich? Dann möchte ich jetzt grundsätzlich einfach mal nur den folgenden Anstoß geben. Du kannst beides parallel verfolgen. Ja. Und zwar würde das dann folgendermaßen laufen. Jetzt muss ich ein bisschen dazu sagen, du musst dabei sehr aufpassen. Also, du musst da sehr genau deinen Arbeitsvertrag studieren. Solltest du dir da auch juristische Beratung einholen, also mit Anwalt und so weiter. Aber du kannst ja grundsätzlich als Angestellter tätig sein und testen, ob der Markt an dir als Freiberufler interessiert wäre. Wie gesagt, muss ich jetzt vorsichtig sein mit der Aussage, das ist immer sehr abhängig von den Klauseln in deinem Arbeitsvertrag. Und du musst auch sehr aufpassen mit der Kommunikation, weil zum Beispiel bist du vielleicht in Social Media, beispielsweise auf Xing oder LinkedIn, als Angestellter positioniert. Das heißt, du musst sehr vorsichtig mit deiner Kommunikation sein, wenn du das machen willst. Also, du arbeitest als Angestellter und prüfst mal nebenbei, wie reagiert denn der Markt auf mein Profil als Angestellter. Worauf du auch aufpassen musst, sind die Referenzen in deinem Profil. Du darfst als Freiberufler in dein freiberufliches Profil häufig natürlich keine Referenzen reinpacken, die eigentlich deinem Arbeitgeber gehören. Vielleicht hast du aber eine persönliche Referenz, zum Beispiel von einem Projektleiter von damals. Der kann dir ja als persönliche Referenz dienen, das heißt, deine Referenz ist nicht der Kunde von deinem Beratungshaus, sondern deine Referenz ist diese eine Person in diesem Unternehmen und der hat vielleicht für sich abgesteckt, okay, ich darf dafür diese eine Person als Referenz fungieren. Da musst du natürlich sehr aufpassen, aber du kannst ja grundsätzlich mal dein Profil mal so einstellen und könntest mal gucken, wenn ich mein Profil, ja, ich sag jetzt mal, ohne jetzt irgendwie gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, mal auf so Portalen rein stelle wie Freelancer Map oder Gulb, würden mich dann so Recruiter anschreiben, hätten die Interesse an mir. Und dann liegt es ja an dir zu beurteilen, okay, da wäre jetzt Interesse da auf dem Freiberuflermarkt. Wie schaut es denn aktuell bei mir im Angestelltenverhältnis aus? Läuft es da gut? Also habe ich da irgendwie die Aussicht, dass ich da in zwei oder drei Jahren zum Manager aufsteigen kann? Ja, das sieht eigentlich eher schlecht aus im Moment. Ja, dann wäre es vielleicht an der Zeit, die Kündigung einzureichen und diesen freiberuflichen Pfad zu verfolgen. Dann sagst du einfach dem Recruiter, hier lieber Recruiter, volle Transparenz, ja, Ich bin erst in vier Monaten für dieses Projekt verfügbar, weil ich aktuell noch im Angestelltenverhältnis bin. Ich wäre allerdings dazu bereit, das zu kündigen und wäre dann in vier Monaten für dieses Projekt verfügbar. Ja, du kannst das natürlich auch anders kommunizieren, je nachdem, wie du das willst. Du musst auf jeden Fall aufpassen, dass du keine Probleme mit der Kündigungsfrist bekommst. Und natürlich, auf die Individualitäten in deinem Arbeitsvertrag musst du aufpassen. Ähm, da, dass du da in keine Fettnäpfchen trittst und in keine Fallstrecke gerätst. Aber, du kannst grundsätzlich die Transition machen vom Angestellten zum Freiberufler und kannst in der Zwischenzeit den Markt austesten. Sprich, ob du grundsätzlich interessant wärst, ob da Recruiter auf dich zukommen, die dich gerne hätten für ein Projekt. Ja, und dann kannst du das Ganze so ein bisschen mehrgleisig verfolgen. Ja, erstmal versuchen, kann ich im Angestelltenverhältnis irgendwie, ähm, ja, aufsteigen. Und wenn das nichts wird, dann kannst du dich mehr in Richtung Freiberuflichkeit orientieren. Das mal nur als, ähm, Denkansatz. Okay, damit möchte ich es heute belassen. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei eurer Entscheidung, ob ihr Freiberufler werden wollt oder nicht. Wenn ihr öfter solche Videos sehen wollt, abonniert doch den Kanal. Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Und dann sehen wir uns noch einen schönen Tag.